was geht ab freundinnen herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal und zwar gibt es heute für euch mal die opal von agento die ist auch aus der 13 schuss serie von agento und wie wir alle wissen diese 13 schuss serie ist einfach der hammer auch die batterie ist richtig geil deswegen habe ich sie mir bestellt hat einen 30 mm kaliber 13 schuss 325 gramm nemm 21 sekunden brenndauer und 45 meter effekthöhe das bild zeigt auch schon dass der effekt vielleicht bisschen grün sein wird schauen wir gleich wenn wir draußen zünden und ja vielleicht noch mal zum preis was zu sagen ich habe 15 euro für das teil gezahlt was denke ich absolut okay ist für 13 schuss und dann schauen wir einfach wie das teil ist und wir sehen uns jetzt draußen bei der zündung viel spaß so